Musik Willst du deine Ehemann in Philippstadt als einen kostbaren, einanderen Menschen aus Gottes Hand annehmen? Wenn du das willst, bespricht ja. Musik Frau Philipp, Philipp Stangor, willst du dann, wie Frau Satia Stangor, ohne Rose, als einen kostbaren, einanderen Menschen aus Gottes Hand annehmen? Wenn du das willst, so sprichst du auch, ja. Ja. Applaus Musik Applaus 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 Und bitte ein tosender Applaus für das neue Ehepaar Saskia und Philipp Stangor! Applaus 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 Applaus